Kostensparendes Bauen lässt Wünsche wahr werden und eröffnet zusätzliche Möglichkeiten. Wirtschaftlichkeit beginnt mit präziser Kalkulation und mit der Auswahl des richtigen Baustoffs. Fast 45 Prozent der Gesamtherstellungskosten von Wohngebäuden fallen beim Rohbau an. Daher rechnen sich besonders großformatige Kalksandsteine wie die KS XL Planelemente. Sie werden bereits im Werk auf Grundlage eines Versetzplanes produziert und zusammen mit den vorgeschnittenen Passstücken genau nach der geplanten Verlegereihenfolge auf Paletten vorkonfektioniert. Auf der Baustelle können sie direkt von dort nach Plan auf kostensparendem Dünnbettmörtel versetzt und durch Nut und Feder ohne Stoßfugenvermörtelung knirsch aneinandergesetzt werden. Ein schneller Baufortschritt ist somit garantiert. Beim Prinzip der Funktionstrennung werden die Baustoffe mit den jeweils günstigsten Eigenschaften in verschiedenen Schichten zielgenau und kostensparend kombiniert. Jede einzelne Schicht kann dadurch optimal an ihre jeweiligen Anforderungen der Statik, des Wärmeschutzes oder der Fassadengestaltung angepasst werden. Die Kombination von 17,5 Zentimeter dickem Kalksandstein mit 16 Zentimeter mineralischer Dämmung und 1,5 Zentimeter Außenputz geht im Vergleich verschiedener Wandaufbauten beim Kieler Modell, eine Wirtschaftlichkeitsstudie zur Planung von sozialem Wohnungsbau, als kostengünstigster und damit wirtschaftlicher Seger hervor. Darüber hinaus ist dieser Aufbau 4 Zentimeter schlanker als andere Baustoffe mit gleichen Eigenschaften, wodurch ein Flächengewinn für mehr Wohnraum entsteht. Ein wirtschaftlicher Baustoff wie Kalksandstein reduziert somit Aufwand, Zeit und Flächenverbrauch und spart damit Kosten über den Produktpreis hinaus.